Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich dieses Video anfangen soll. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich überhaupt sagen soll. Das ist ein Video, das mir ehrlich gesagt sehr unangenehm ist. Ich hätte auch überhaupt keinen Bock, dieses Video zu machen, aber wenn am Mittwoch die Vorstellung der Kollektion kommt und ich dieses Video nicht aufgenommen habe, dann sind vermutlich einige sehr vor den Kopf gestoßen, machen sich vielleicht Sorgen um mich und deswegen nehme ich dieses Video jetzt auf. Ich werde es als One-Tick machen, ich werde versuchen, mich möglichst flüssig auszudrücken, damit ich das Video nicht schneiden muss, weil ich glaube, wenn ich das nicht eins zu eins hochlade, dann lade ich es gar nicht hoch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich ein bisschen motiviert auch, das aufzunehmen von Inscope, der sich auch geöffnet hat und über seine Probleme gesprochen hat. Ich habe dieses Video am Dienstag angekündigt, aber wollte es eigentlich dann irgendwie doch nicht machen. Ich bin vor der Kamera, wie aber auch eigentlich privat, immer so der Typ, der immer gut drauf ist, der ganz lustig ist, der schon über Privates redet, aber wenn es dann wirklich um innere Geschichten oder vor allem darum geht, auch mal so ein bisschen sich etwas schwächer zu zeigen, dann tue ich mir sehr schwer. Also wer mich gut kennt bzw. einer von den wenigen Leuten ist, die mich besonders gut kennengelernt haben, die wissen, dass hinter meiner harten Schale noch eine härtere Schale steckt und dann ein sehr, sehr weicher Kern. Vermutlich haben sich es eh einige gedacht, aber ich hatte nicht unbedingt die leichteste Kindheit und dementsprechend habe ich diese harte Schale entwickelt, um so ein bisschen im Leben durchzukommen und deswegen stehe ich überhaupt nicht drauf, mich irgendwie verletzlich zu zeigen. Ich denke mir aber, dass dieses Video wichtig ist, weil ich damit vielleicht auch etwas bewirken kann. Wenn Leute, die oft ähnliche Gedanken haben bzw. mit ähnlichen Problemen zurechtkommen müssen, sehen, dass jemand, der äußerlich sich immer als stark gibt und selbstbewusst auftritt und wo man sich vielleicht nicht denkt, dass der Mensch solche Probleme haben könnte, dass ich denen so ein bisschen Mut machen kann und die vielleicht auch dazu bewegen kann, gewisse Dinge nicht zu tun. Dann ist es was Gutes und dann kann ich das irgendwie für mich eher zulassen. Okay, ich versuche nicht allzu lange um den heißen Brei herumzureden und hau es einfach raus. Letztes Jahr haben vermutlich auch einige gemerkt, dass es mir nicht besonders gut ging. Ich habe es mir jetzt nicht sonderlich anmerken lassen, aber wenn man sich den Output anschaut, nur vor Ort gehen, nur Alkohol, Exzesse, Eskalationen am laufenden Band, keine Vlogs, keine Videos, dann kann man sich vielleicht schon denken, dass da nicht unbedingt alles so Halligalli-Drecksau-Party war und alles so lustig wie es rübergekommen ist. Ja, ich hatte zu der Zeit, sagen wir es einfach beim Namen, Selbstmordgedanken. Einfach weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, als hätte mein Leben irgendwie gar keinen Sinn. Ich habe mich irgendwie sehr einsam gefühlt und habe eigentlich ein normales Leben sehr vermisst, ein bodenständiges. Ich habe durch meinen Job und durch meine Arbeit, die bei mir immer im Fokus war, nicht nur Beziehungen beendet, war auch unfähig Beziehungen zu haben, sondern ich habe auch sehr, sehr viele Freunde verloren und habe irgendwie nur so oberflächliche Fortgehefreundschaften aufgebaut und in der Zeit, wo ich nicht draußen war, mich angesoffen habe und eskaliert bin, wir sagen es einfach mal so, war ich dann einfach sehr einsam und habe mich wirklich scheiße gefühlt. Diese Gedanken hatte ich nicht zum ersten Mal, die hatte ich im Leben schon mal, auch schon als Kind und in der Zeit, wo es mir einfach richtig, richtig dreckig ging, ist die Kollektion entstanden. Also ich habe das, was ich in dem Moment gefühlt habe, alles niedergeschrieben in Notizen und habe einfach aus diesem absoluten Down in meinem Leben irgendwie Kreativität geschöpft und daraus ist Insomni entstanden. Schlaflosigkeit. Schlaflosigkeit aber mehr als Metapher zu die Nacht zum Tag machen, seine Probleme irgendwie vergessen, indem man sie in Alkohol und eventuell auch Drogen ertränkt und dann, wenn man nüchtern ist, versucht er schnell wieder von den Problemen wegzukommen. So ist Insomni entstanden. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich muss das, ich habe das auf jeden Fall überwunden. Also mir geht es momentan gut. Ich bin im Training, ich fühle mich fit, ich habe mega viel Freude daran, die Kollektion zu machen, aber das war einfach eine unfassbare Downphase in meinem Leben und ich kann nur jeden Mut machen, der ähnliche Gedanken hat, sich abzulenken, nicht mit Drogen und Alkohol, das macht es nur schlimmer, sondern unbedingt mit jemandem darüber zu sprechen. Ich habe das nicht gemacht, ich habe das oder ich habe mit ein, zwei Personen darüber gesprochen, aber ich wollte halt dann auch, ich habe nur so ein bisschen was rausgehauen, weil ich öffne mich einfach sehr, sehr schwer, ich mag das einfach irgendwie nicht. Wenn mir wer zu nahe kommt, so. Und ich kann nur jeden sagen, dass das der absolute falsche Weg ist. Öffnet euch, sucht euch jemanden, sprecht darüber, macht auf keinen Fall irgendwas Unüberlegtes. Ich habe keinen Selbstmordversuch gewagt, ich würde das auch nicht machen, einfach weil ich meine Familie nicht im Stich lassen will, aber ich habe mir schon so gedacht, wenn ich einfach mit dem Auto Vollgas gegen die Leitplanke da jetzt fahre, dann war es das, dann muss ich mir keine Sorgen mehr machen, dann habe ich keine schlechten Gedanken mehr, dann geht es mir nicht schlecht, sondern es ist einfach alles vorbei und ich muss mich um nichts mehr scheren, ich habe keinen Auftrag mehr. Das ist einfach der easieste Ausweg, wenn ich da jetzt Vollgas gegen die Leitplanke fahre. Aber ja, ich versuche einfach auch irgendwie mit der Kollektion, Menschen, die manchmal solche Gedanken haben, irgendwie die Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken, ohne sich aber auszudrücken. Irgendwie mit der Mode diesen Vibe zu fühlen, ohne sich aber jetzt so wie ich, ich fühle mich so, als würde ich so wirklich so einen Seelenstriptease machen. Das ist mir wirklich nicht so angenehm, aber wenn ich damit jemandem helfen kann, dann mache ich das. Ein Teil der Einnahmen von der Kollektion wird auch an einen Verein, der sich gegen Suizid engagiert in Österreich, gespendet und ich möchte damit einfach auch die Leute dazu animieren, mit sich jemandem anzuvertrauen und wie gesagt, nichts Unüberlegtes zu machen. Ich bin aus der Phase wieder rausgekommen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie. Momentan geht es mir wie gesagt gut. Das war eine Phase, ich hätte niemals darüber geredet, wenn es mir nicht gut geht. Aber es war eine schwierige Phase für mich und ja, keine Ahnung. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich muss dieses Video rausrauben, bevor dann am Mittwoch irgendwie alle schockiert sind und sich denken, fuck, was ist mit Max los? Geht es dem gut? Es ist eh schon viel zu lang. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Ich habe mir im Vorhinein nicht wirklich was überlegt, sondern habe mir einfach gedacht, ich spreche mir das so vor der Seele. Im Großen und Ganzen, Leute, mir geht es gut. Es ist alles in Ordnung. Diese schlechte Phase in meinem Leben, die gipfelt jetzt in dem kreativen Ausdruck von Insomnia. Macht euch keine Sorgen um mich und wer ähnliche Gedanken oft hat, vertraut es euch jemandem an, sprecht es darüber, öffnet es euch, macht es nicht den gleichen Blödsinn wie ich und es gibt, ich merke es jetzt wieder durch den Sport und auch durch Freunde, es gibt viel mehr im Leben, für das es sich lohnt zu leben, viel mehr Erfahrungen, für die es sich lohnt zu leben, als einfach den einfachen Weg zu gehen und zu sagen, scheiß auf alles, lass mir das einfach. Das wollte ich nur sagen. Liebe Grüße an dich, Vincent, der ruft gerade an. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht euch, wie gesagt, keine Sorgen und wenn ihr ähnliche Gefühle habt, dann, jetzt habe ich es hier schon zum hundertsten Mal gesagt, sorry, dass ich in den Videos unorganisiert bin. Ich bin einfach, so ab der Videos, daugt mir einfach nicht so. Ja, ich muss auch das Video einfach so ganz weird beenden, weil ich nicht weiß, was ich noch sagen soll, außer schönen Abend. Das ist was von mir, euer Maximilian.